Wo war der denn? Äh, in dem kleinen Cabo-Fraum zwischen Kinderzimmer und... Ja genau, da. Komm doch! So, einer muss jetzt rein und planten! Alex! Die rein und planten! Moment! Warte! Aufpassen, rechts! Das war jetzt nicht dann ernst! Das waren zwei Schusser drüber, einer drunter, aber noch recht und so schlecht. Rechts ist ein Schild, ja. Äh, geh mal rein, Michi! Ja, ich geh hoch jetzt! Warte, warte, nicht biegen, nicht biegen! Da ist keiner mehr, da kannst du planten! Dann ganz links, also ganz links an der Wand. Genau, genau da! Nein! Ach, da nicht dein Ernst! Alles gut! War nicht hoch genug! Einer ist noch im Badezimmer! Und einer ist da! Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Der liegt einfach nur rum! Wer bist du? Den kannst du ignorieren! Einer ist drin im Raum! Einer ist drin im Raum! Nee, 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 nee! Der ist hier! Wer hilft ihm jetzt auch? Chris! Der hält ihm auf! Nee, hilf! Wir sind direkt am Gag hier! Der letzte ist im Bad! Ich wusste nicht, dass der verletzt ist! Ich dachte mir früher, dass der verletzt ist! Ich dachte, der war drin im Raum! Ich hab auch gesagt, der ist verletzt! Der wird wirklich! Der wird wirklich! Will ich nur mal kurz nebenbei sagen! Wirklich! Mich ansprechen! Hier! Verletzt! 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 Ah, Mann! Ist immer noch in dem Raum! Ah, schön! Gut! Welche Leute! Rush wir, oder? Westen Jäger! Wollen wir jetzt waschen, oder nicht? Ja, schon waschen wir! Also, ich würd... Ich würd... Ich würd noch was machen! Ah, scheiß! Ich hab die Schrotenflitte ausgesucht! Ich trotter! Ich soll euch auch machen! Ich rush noch nicht! Wir hatten nicht mit ne... 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 Impact! Ich hab ne Impact! Gut! Dann warten wir noch, bis wir das machen! Dann machen wir das! Wisst ihr was? Ich rush mit ner Schrotenflitte mit! Juhu! Nein, 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 nein! Nee, ich bleib auf den Geisel sitzen! Falls ihr verkackt! Was ist wahrscheinlich passiert jetzt? Ich sitze so ganz alleine hier, Leute! I'm ready! Ey! Die werden das sowieso nicht... Boah! Hallo, Tio, komm mal her! Na! Warte auf! Das sind meine Geisel! Bleib weg von meiner Geisel! Jetzt? Oh nein, warte! Die spawnen jetzt garantiert woanders! Nein! Ich hab den eigentlich... Ich hab den eigentlich angeschlossen! Jonas, komm schnell! Ja doch, komm! Ja doch, komm! Warte, warte! Ich mach das! Ich mach das! Oh ja, egal! Ich hab schon! Lecker! Hey! Wie hat ihr mich denn gekillt? Killed? Krieg ich ein Heilo? Nein! Wenn ich zu dir kommen würde... Ich hab ja nur noch einen Schuss, ne? Ist egal, oder? Jetzt hab ich nix mehr! Ihr seid... Ihr seid echte Helden! Ich T-Back hier derweil für den Schreibtisch für einen Raum! Ja! Aber ganz lang! Nein! 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 Doch! Da ist aber ne Treppe! Nein, ist dort nicht! Was? Hallo! Ruk! 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 Hallo! Ich hab ja nicht! Und ich sage, das hat doch funktioniert. Keine... nichts zu meckern. Da stehen drei mir... Zwei von denen waren einfach... Hey, hast du die drei geholt? Ja, die standen einfach vor mir. Die haben gerade aufgeschossen. Hey, warte mal, kann ich keine Rüstung nehmen? Weil ich die gerade genommen habe. Ach du Arschloch. Also, ich habe drei Leute umgebracht, okay? Hey, kannst du eine neue nehmen? Ja. Ja, kannst du dann. Da ist jemand noch oben. Da Clemens. Nicht Michi. Michi, über dir. Michi, oben. Oh, hast du nicht gemerkt. Sorry. Lass auf. War ein bisschen dumm. Ja, war ein bisschen dumm, ich weiß. Sorry. Das hat mich hart erwischt. Der war da. Ja. Du hast gerade gelaufen. Granate. Mach mal, mach mal. Leute. Boah. Michi, über dir ist offen und da stirbt gerade einer. Michi stand da einfach so. Was? Und ich mach dann noch den Kill. Dieser kleine rum, da ist jeder. Und jeder kommt jetzt oben dann. Da war aber auch ein Dock. Gelga down. Ja. Oh ja. Aua. 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 Ich hab mir Aua gemacht. Mach die Wand auf. Achtung. Granate. Geh. Mach die Wand. Einen. Einen ist von oben runter erspult. Hilfe. Der hat mich dann geholt, was? Hilf, tschüss. Nein! Fuck! Und wo ist Mario? Was macht Mario? Ich weiß nicht, wo ihr alle hin seid. Im Keller sind die alle. Ich bin irgendwie so nicht so... What the fuck? Ich stand direkt neben dir, bin runtergesprungen. Alter, ich bin da oben gewesen. Ja, warum bist du da oben gewesen? Ihr habt noch einen Gegner. Ja, sag mal nicht, dass wir das schaffen. Fuck! Aber rückwärts! Scheiße! Pass auf! Los! Äh, Wiederbedienbung, Wiederbedienbung! Tim, 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 Tim! Also, dein kleines Schildproblem. Oh, fuck, jetzt wieder mal. Loll! Ey, warte mal, wen hab ich denn dann gerade verletzt? Alter, ist das awesome mit Selbstheilung! Boah, fuck! Wer lebt noch? Ich! Ihr beide! Nice! So, mach! Das mit der Selbstheilung ist ja ultra geil! Wir haben eben das Leben gerettet. Also, ich hab's da noch, ich hab's echt gut geboren. Ich brauch Hilfe, ich brauch Hilfe. Einen hab ich, da ist noch einer. Auf dem Flur gewesen. Links auf dem Flur. Oh, schießt zu mir. Äh, verletzt! Verletzt! Geben die Ecke, äh, Treppe! Von hinten, von hinten! Was? Was? Super! Da ist noch einer! Genau an der selben Stelle war der. Los, schnell, push, 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 push. Drei Mann geholt, jetzt. Gut gemacht. Ne, vier Mann geholt, vier Mann geholt, ok. So, das war Nummer 1. Und das war Nummer 2. Nein, da ist noch einer. Die sind alle draußen. Alle an der Baustelle, oder? Ja, ja. Den letzten habe ich nicht. Ah, das ist noch 2. Ah, ich habe noch 2. Okay, jetzt macht er den Tank. Hilfst du mir bei dem Dock? Und der ist wo? Draußen. Ich will schauen, wo der Gegner ist. Der ist irgendwo bei der Baustelle noch. Gut. Oder war der noch bei der Baustelle, oder? Ja, ich habe ihn ganz gut... Also, ja, die Richtung da hinten. Habe ihn ganz kurz gesehen. Super. Dass er mich nicht geholt hat. Ja, der war schon... Der war durch den Dock abgelenkt. Der hat ja die ganze Zeit den Dock gesehen. Nach links ist clear, wenn man in den Raum geht. Nach links. Wir müssen jetzt rein, Michi. 1 Minute. Wir sind letzten. Ja. Ja, 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 ja. Geh vor. Reload! Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Rechts und links. Direkt links. Schanke, hinten rechts. Nein! Fuck! Schade. Schade. Ich war zu weit entfernt. Ja, nicht schlimm. Ja, der ist links gerade drüber. Ja, da sind zwei, drei. Einer weg. Zumal war das auch noch. Hättest du nur auf Blackbird geschossen. Blackbird ist da auch noch. Ja, habe ich jetzt. Hattest du auf die schwarze... Ich habe da keiner mehr. Natürlich ist da was. Captain, behind you. War zu Kamera 2 in dem Gang hier vorne. Wie direkt über dir oder neben dir? Warum ist die Ladung nicht explodiert? Weil ich hier kaputt geschossen habe. Jetzt, ey. Ich war vorhin zumindest mal kurz im Frachtraum, aber da ist er ja nicht mehr gewesen. Einer ist direkt vor dir, Alex, gleich. Der liegt da auf dem Boden, hat meine Kamera ausgeschaltet im Raum. Da liegt er schon mal nicht. Hab die Fotze. Was die Miss? Shotgun Ruddst. Oh... Shotgun Ruddst. Oh Gott, Clemens, guck doch. Hinten im Robbarm, der andere hat Vorfahrt, ja. Tice down. Ob, 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 die sind hier hinter der Wand. Ich bug fest. Reingefuse, reingefuse. Ne, ich kann sie schon, oh Gott. Oh, hier, noch ein Fuse. Oh Gott. Clemens, warum? Weil ich festbacke, ich weiß nicht warum. Was, was du für eine Scheiße? Warum gehst du nicht einfach vom Loch weg? So wie jeder normale Mensch. Das sieht auch so scheiße aus. Sie ist umkämpft. Sie ist umkämpft. Ja.